Oh, was war hier oben? Nö. Ich rieche leicht. Jawoll. Ah, der Gegner. Ich seh überhaupt nix, ich krieg einfach viel gewonnen. Was war das? Ein grüner Gegenstand? Was ist denn ein Plan, Kapitän? Also ich müsste mal an den Start, ich bin nämlich voll. Ich hätte schon nie geplant, was ist das denn? Ich, mehr oder weniger auch. Okay, dann machen wir noch erstmal hier Platz und dann... Okay. Oh, jetzt. Ich kehre in die Stadt zurück. Ein Set-Schmiedeplaner, bin ich hier gespannt. Oh, nein... Jetzt klappt es! Hey, verehrter Herrsch! Ich habe ein paar neue Wände! Was denn... Kann auch noch so postig... ...undes Alarm, die wusste... ...wann... Was zum Hände... Oh mein Gott! Das ist eine Dings... Äh, äh... Ich weiß nicht, wie nennt die da... ...die Z-Rüstung, ja... ...ist ja geil... ...die sind voll... Oh Gott! Was braucht man denn da? Legendäres Handwerksmaterial! Nein! Hab ich! Aber ich habe aber nur zwei Stück da hier... ...feuriger Schwefel! Feuriger Schwefel! Habe ich drei Stücke? Oh! Ich habe vier Stücke, heißt... ...ich kann zwei Sachen herstellen davon. Oh... Waffe-Kopfschutz? Ähm... Ja... Dritte... ...Kopfschutz... Waffe-Kopfschutz... Da! Stiefel! Das gibt's doch nicht... ja ja was war das war einfach mal ich müsste eigentlich mal wohin wohin? was heißt das? ach so dahin dahin oder wie? pipi machen warte ok ich meig jetzt auch scheiße ich hab keine so mehr Dinger mehr feuriger Schwebe, wo kriegt man denn sowas von? was kriegst du wenn du legendäre Waffen zerlegst? ja das hab ich vorhin zumindest einmal bekommen als ich meinen Deutsch zerlegt hab wo ist das Buch? da ist das Buch könnte ich ein paar legendäre Waffen herstellen und dann wieder zerlegen du kannst legendäre Waffen herstellen? ja natürlich ich kann nur gelbe Waffen herstellen da musst du Pläne für finden ja so gucken wir doch mal ein Mojo was ist das ein Mojo was ist das ein Mojo? Töger Schwefel einmal ok ja nicht hier Dingsn das sind die Baban Gegenstände verdammte Axt was ist das denn? magische Stammwecke schade schade nur ein Schwefel gekriegt scheiße ich will mein Set vollständig machen was brauchst du denn? äh feuriger Schwefel hab ich zwei Stück würde mich helfen was krieg ich ihn dafür? was würdest du denn haben? dankbarkeit dankbarkeit naja die erreicht mich ja nie so einen Scheiß brauchen wir erst recht nicht ups so äh kann man die überhaupt weitergeben? ich weiß das nicht ob das wir geben deren Sachen da kannst du einfach auf den Boden werfen oder nicht na und nicht das verschwindet so wir können sie mit einem probieren da liegt das so liegt auf dem Boden dankeschön ich hab auch noch drei Stück davon Marcel ich bräuchte nur noch einen ich bräuchte nur noch einen die kann ich aus drei einen machen? ach so einfach deiner Mutter gehen ja es ist drei egal ich kann dir ja die zwei wieder hinschmeißen ja kann ich eigentlich auch einen Köcher herstellen? kann ich eigentlich auch einen Köcher herstellen? oder? oder? äh du musst zerlegen ach so aber das ist doof oh das andere kann ich noch nicht herstellen oder wie? set 3 Stück ach ne das ist das komplette set ach ne das ist das komplette set ach ich bin ich hab gar nicht so viel gebraucht dann gib sie mir wieder zurück jetzt hab ich aber vier Stück jetzt hab ich aber vier Stück ja gib mir vier Stück gib dir halt wieder ja wie teile ich die? umschalten umschalt hoch und zu nein einer ok umlegen so Martin wo bist du? ich komme zu dir wenn meine also hier sind deine drei Stück und hier hab ich Tim's anlegen das werde ich nicht benutzen was ich kann das nicht anlegen? so ein Scheiß kannst du gerne aufnehmen deinen feuerigen Schäferbild hinter dir ja lass mich doch mal kurz was machen hier ich bin ein alter Mann ich bin kein D zu wie kann man eigentlich kann man deinen Charakter eigentlich angucken? das kannst du ja im Menü machen oder nicht? was hast du für Stiefel? weil ich hab ja mal Stiefel 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 seltene Stiefel 79 Rüstung 60 Stärke 70% 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 73% 80% inflation 70% zuvor ist klar ja nie ist klar ja die an die die playstation 4 wurde für 15.000 dollar verkauft diese ja die special edition zum 20 geburtstag die im grauen design hatten die versteigert 15.000 dollar drinnen das klar also auch wenn sie nicht schlecht aussah aber dafür würde ich keine 15.000 dollar ausgeben du hast keine 15.000 dollar du kannst es ja selbst wenn ich sie hätte würde ich sie nicht ausgeben weißt du gar nicht was auf meinem konto los ist rote zahlen ja dann bin ich halt pleite so darauf erst mal eine angola so weiter hier kommen eine truhe eine truhe weiter könnt ihr mal bescheid sagen habe ich doch habe gesagt und jetzt weiter zeit diese monster ein bisschen versetzt goldener gegner platt machen platt machen platt gemacht sehr froh dass die heiltrinke keinen platz weg nehmen und jedes mal wirklich enrico scheiß wie ihren gegner ein ich bin ich so blass durchsichtig trotzdem er zur zeit sind ziemlich viele bei mir die hunde drei fetische und der große fetische 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 ist ja beim fetisch aha nein ich habe es ja das ist ja edel äh widerlich oh ja bist du ein tierheim oder was ja das ist eher ein obdachlosen hatten wir eigentlich schon alles nee wir haben doch gar nicht alles was macht ihr ab hier ja das ist noch so ein kleiner gang ist da noch übrig ja das ist jetzt so hier sehr ja ja gehen wir jetzt weiter oder zurück oder was oder wie östlicher kanal naja mein gott ist eine bisschen da jetzt liegen da die mega länge neben ihm beide ja natürlich tun sie das ja bist du denn nicht bereit ist das nicht goldener dich mal der hat mich rangezogen alter schweb alter schweb hua was wo bist du denn einer läuft immer woanders lang ne das kann nicht wahr sein vorhin war da auch einer deswegen bin ich da lang gelaufen wo denn halt ist noch eine truhe hahaha ja doch übersehen Hehehe hmm hm 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 Martin kämpft mal wieder hier alleine Ja wieso, ich bin nur wegen der Truhe herkommen Du bist irgendwie überlastet, ich bin ein Einzelgänger Aber auf die Aufpassung sind Babysitter soll ich spielen Truhe Das sind noch wieder andere hier einzeln lang, ey Das ist nur eine Sackgasse, was du... Aber wir sind echt ein tolles Team Aber hallo Du hast drei sagst, du bist Einzelgänger Also wir stellen das gleich auf Hardcore und dann werden wir sterben Die andere Seite ist bestimmt auch anders Ne, doch Was ist doch nicht, doch, jetzt halt... Wo wollte er denn jetzt lang, ey? War da jetzt doch was? Das leck mich doch Keine Sackgasse Leck mich doch, ey, ich geh jetzt hier oben lang Ist mir scheißegal, rechts Jawohl, mein Führer Nichts Rechts Gegner Wenn man in einem klappen Rücken macht, kommt man dann zu Wenn du mal die Schnauze hältst, hab ich Ruhe Was? Wo? Ich krieg ihn nicht alleine, ey Bist du denn schon wieder? Tut mir leid Oha Ich sammel schon mal Loot ein Jo Erst mal kämpfen, Mann Tim sammel Sammel Loot ein Ja Geht in eine Hand, hier oben ist ne Truhe Außerdem bin ich Profi, ich lass kämpfen So, jetzt muss ich nochmal zurück Gold 1 sein Tim ne Arm Die ist Sackgasse Tim ne Armbrust mit 65 brauchst du nicht, hä? Ne Was? Die ist Sackgasse? Ja Aber ne Truhe ist hier noch Ok Ich stell einfach meine Geschütze auf und dann geht er ab Oh, ich hab ein legendäres Amulett aufgesammelt Oh, was hab ich denn hier überhaupt? Müll, Müll und noch mehr Müll, oder was? Blue check Sackgasse Müll Uh, die Hose, die Hose zieht dann Ja, besser hast du das doch sonst auch nie Hosen angemessen Ist los Ja, aber im Spiel muss ich halt Hosen anziehen Kann ich ja schlecht nackig rumlaufen Sie, äh Oh, der wird auch nackig Ha, 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 ha Magischer Stab Weißt du nicht, wer Schmorp ist? Was lachst du so? Ha, 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 ha Schön nackt Er gab nur noch Müll Nackig mit einem, äh, Stethoskop und einem Was war das für ein Rucksack? Batman Rucksack? Ja Und der hatte noch irgendwas anderes, oder? Hat der eine Mütze oder sowas? Fahrradhilfe meint er auch Fahrradhilfe Bin fertig, bin fertig, bin fertig, bin fertig, bin fertig Bin fertig Seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Jawoll Mein Name ist schon bei dem Röder, ich wohne hier Jetzt wieder rechts, oder wie? Standard! Immer rechts! Verdammt, war der hier? Sack hat er rechts rum, rechts rum und nochmal rechts rum Ok, da geht's rein Aber wir haben noch nicht alles Geht's hier weiter? Ist sicher, Ablaufstörung Oh, ein Hebel Oh, jetzt bin ich wieder raus hier Oh mein Gott, verdammt Was, jetzt vergisst du? Oh mein Gott, jetzt kommt eine Sequenz, ey Oh Mann Diese Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen Was, hier kommt eine Sequenz? Ja, die war gerade hier Deine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt Wie fantasievoll Die ist auch noch ein komischer Gnom Ist auch noch, ist derselbe Wir müssen hier runter Halt Platz ab, der Quack Wir müssen am Arsch der Welt, was seid ihr? Blablablabla Gegner Was ist das hier? Hier da draußen! Seid ihr noch am Leben? Abgeschlossen? Oh, das ist... Vielen Dank für die Befreiung Es wurde langsam ein wenig langweilig stattfindet Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge Helft mir ihn zu finden Und ich werde tief in eurer Schuld stehen Okay, wir helfen dir Nein, mach doch Ich habe vergessen, mich vorzustellen Ich bin der habgierige Schäden Puss Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir einzubringt hergezogen und nicht hier drin eingeschlossen hat Da warst du die ganze Zeit jetzt? Joa, anschein Ich hab meine Wacke auch noch, toll Haha So läuft die andere hinter mir her Warum hat Martin eigentlich immer alle? Ey, jetzt sind wir schon zu dritt unterwegs hier Ich hatte die E-Matte, ich ging jetzt schon Was? Och man, jetzt hab ich schon zwei hier in der Schlange hängen Hörg nicht aufzureden So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen Hörg nicht aufzureden So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen Auch Ce opened Ja mit was? Aber ich spiele babysitze Ja mit dem Schraub Vielen Dank.